Ja, hier ist Lee Jong-Soo. Kein Problem, ich bin im Auto. Reden Sie nur. Ich sagte, ich brauche zehn Mietwagen, aber... Die Extras sind inbegriffen. Lassen Sie uns am Montag unterschreiben. Ein Tunnel, der vor einem Monat eröffnet wurde, stürzte vollständig ein. Ein Notruf besteht, dass mindestens eine Person eingeschlossen ist. Sein Name ist Lee Jong-Soo. Ich bin hier gefangen. Wir retten Sie, bevor Ihnen das Wasser ausgeht. Können Sie Ihren Standort beschreiben? Sagen Sie mir ehrlich, werden Sie mich wirklich retten? Wir sind die Besten. Papa ist bald wieder da. Unsere Regierung setzt alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel ein, um Lee Jong-Soo so schnell wie möglich retten zu können. Wir sind schätzungsweise 200 Meter von seinem Standort entfernt. Bei 15 Meter pro Tag werden wir ihn in etwa zwei Wochen erreichen. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Was ist, wenn mein Mann noch am Leben ist? Oh Gott. Ich lebe da. Ich lebe da. Ich lebe da. Vielen Dank.